Mein Name ist Christian Rinn. Wir als Rinn-Team haben uns mal das alte, traditionelle Pflasterhandwerk angesehen. Schön aussehen tut es ja schon, aber für die aufwendige Verlegung gibt es kaum noch qualifizierte Fachleute und die Steine kommen leider oft aus fernöstlichen Lieferquellen. Das war für uns der Ansporn, traditionelles mit modernster Technik zu verbinden. Denn 18 verschiedene Ausformungen, verteilt auf 6 Steingrößen, bilden den perfekten Naturstein-Look. Und mit einem ausgefeilten Verlegesystem können Ihre Flächen leicht und schnell verlegt werden. Als eines der nachhaltigsten Unternehmen garantieren wir Ihnen, dass die Steine unter besten ökologischen und sozialen Bedingungen in Deutschland hergestellt werden. Wenn das für Sie interessant klingt, besuchen Sie doch einen unserer Ideengärten in Gießen, Stadt Roda oder Berlin und erfahren Sie mehr über das neue Passé-Pflaster. So.